Applaus 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 Und bis 18.30 Uhr 4700 Es gibt ja keinerlei Signale dahin, dass die Situation leichter wird. Und deswegen möchte ich das ausdrücklich noch einmal verstärken. Wir tun alles, was wir können, aber wir sind mittlerweile Drehscheibe für ganz Deutschland geworden. Wir erfüllen eine nationale Aufgabe mit unseren beschränkten Mitteln. Da müssen andere Verantwortliche, andere Kräfte her. Und deswegen kann ich nur dringend appellieren für die Stadt München. An alle Verantwortlichen, vor allem im Bund. Lasst München nicht alleine. Ja, ich denke, das funktioniert. Und dann wird es zurückkehren. Ja, ich glaube, das funktioniert. Ja, das ist es. Ja, das ist es. Ja, das ist es.